24. Kapitel Eigeninitiative Mara Migs Nachricht hatte mich eiskalt erwischt. Wenn es stimmte, was er geschrieben hatte, dann hatte mich Fred angelogen. Ich hatte wirklich begonnen, ihn zu mögen, aber das hier ging zu weit. Er konnte doch nicht einfach meinen besten Freund entführen. Was dachte er sich dabei? Was wollte er damit erreichen? Da es bereits Tag war, als ich die Nachricht erhielt, wusste ich, dass ich jetzt nichts tun konnte. Also ging ich zur Arbeit und versuchte mich über den Tag vergeblich zu konzentrieren. Gegen Abend begab ich mich zu der Adresse, die mir Mick genannt hatte, und wartete. Ich drückte mich ein wenig auf der abgelegenen Straße umher, spähte immer wieder zu dem Grundstück, das langsam begann zu verwildern und versuchte zu erkennen, ob vielleicht jemand aus dem Eingang kam, um gleich über den Hinterhof zu verschwinden. Ich hatte nur diese eine Chance. Ich musste sie jetzt sprechen. Als das dunkelhäutige Mädchen schließlich auftauchte, duckte ich mich weg, stellte mich hinter einen Baum und beobachtete sie erst einmal. Mir fiel auf, dass sie zwar an normaler Geschwindigkeit lief, allerdings wirkte ihr Gang irgendwie steif. Außerdem machten ihre Schritte keinerlei Geräusche. Erst als sie auf den Gehweg trat, kam ich aus meinem Versteck. Du bist Miriam, oder? fragte ich vorsichtig. Zur Antwort fauchte sie und funkelte mich bedrohlich an. Ich atmete tief durch. Mick hatte versprochen, dass sie mir nichts tun würde, rief ich mir in Erinnerung. Du darfst jetzt nicht einfach die Nerven verlieren. Ich kenne Mick und Dennis. Ich gehöre nicht zu diesen komischen Jägern, sagte ich schnell. Miriam horchte auf. Dann will ich mal stark hoffen, dass du Mara bist. Ja, die bin ich. Gut, dann hat Mick es wenigstens nicht noch weitergetragen als sowieso schon, sagte Miriam genervt. Was willst du hier? Dennis wird von den Jägern festgehalten. Mick wollte zu ihm, aber wenn er nicht bei euch ist... Ich sah Miriam fragend an, doch sie schüttelte schnell den Kopf. Dann ist er wohl jetzt auch dort. Miriam machte große Augen. Weißt du, wo sie sind? fragte sie schnell. Wirklich, ich will nicht auch noch ihn verlieren. Wir haben erst vor kurzem einen unserer Freunde verloren. Sie senkte den Blick. Nein, ich weiß es leider nicht. Aber wir werden es herausfinden, verkündete ich entschlossen. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Das wollte ich hören, sagte Miriam, jetzt schon zuversichtlicher. Warte einen Moment. Sie war blitzschnell weg. So schnell, dass mein Auge ihren Bewegungen nicht folgen konnte und stand nur wenige Augenblicke später wieder vor mir, mit einer Waffe in der Hand. Ich sah entgeistert auf die schwarz glänzende Pistole hinab. Nur für alle Fälle, grinste sie. Mick. Ich merkte kaum, wie sie mich zurück in den Käfig steckten. Mein Mund brannte wie Feuer. Es fühlte sich an, als dringe der beißende Knoblauchsaft in mein Inneres und vergifte jede einzelne Zelle. Mickie, es tut mir so leid. Deine Stimme klang wie aus weiter Ferne zu mir durch. Ich sah auf, merkte, dass ich ihn nur verschwommen wahrnahm und ließ den Kopf wieder sinken. Komm ja nicht zu nach an, nuschelte ich. Ich konnte sein Blut rauschen hören und mit ihm das Versprechen nach warmer, süßer Erlösung. Das Ende meiner Schmerzen und meiner Schwäche. Ich brauchte Blut. Und das möglichst schnell. Dennis hörte nicht auf mich, wettete meinen Kopf wieder in seinen Schoß und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Ich hörte, dass er etwas sagte, aber ich konnte mich nicht darauf konzentrieren. Es war, als würde er in einer anderen Sprache zu mir sprechen. Mein Gehirn konnte seine Worte einfach nicht verarbeiten. Ich war dem Knoblauch fast dankbar, dass er dafür sorgte, dass ich Dennis nicht riechen konnte. Wenn ich seinen Geruch in diesem Moment in der Nase gehabt hätte, könnte ich für nichts mehr garantieren. So war es nur das Geräusch, das mich quälte. Und das allein war in meinem Zustand schon schlimm genug. Dann trink doch nochmal von mir, Mickie. Ich halte das schon aus, drangen seine Worte zu mir durch. Ich schüttelte energisch den Kopf. Ich habe heute schon von dir. Das würdest du nicht überleben, sagte ich mit lahmer Zunge. Das wird schon wieder. Ich spürte bereits, wie ich wegdämmerte. Ich schlief ein, obwohl die Nacht gerade erst begonnen hatte. Ich wurde von dem Geräusch der quietschenden Stalltür geweckt. Es war immer noch dunkel. Ich nahm die Jäger kaum wahr, auch nicht den schlafenden Jungen neben mir. Nicht wirklich ihn, sondern nur ein bestimmtes Merkmal. Denn zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass mein Geruchssinn zurückgekommen war. Dennis' lieblicher Geruch lockte mich förmlich. Mein Gesicht fand wie von selbst zu seiner Halsbeuge. Es war, als würde mein Körper sich ohne mein Zutun bewegen. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich zog seinen Geruch tief ein, bevor sich meine Zähne in seiner Haut drückten. Er zog scharf die Luft ein, zuckte zusammen und riss die Augen auf. Das alles nahm ich nur unterschwellig wahr, wie durch einen dicken Nebel des Vergessens. Irgendwo in meinem Inneren wusste ich, dass ich diesen Jungen liebte und ihn keinesfalls verletzen wollte. Doch das Gefühl war fort. Weggebrannt von dem Schmerz und dem Brennen in meinem Hals. Ich schluckte, ließ das warme Blut durch meine Kehle rinnen und es schien endlich den brennenden Schmerz in meiner Kehle zu lindern. Kostas Ich erwachte davon, dass Mick seine Zähne schmerzhaft in meinen Hals rammte. Doch etwas anderes ließ mich ebenfalls stutzen. Die Jäger waren zurück. Alle vier. War es vorbei? Hatten sie wirklich das Nest ausgehoben? Guckt euch das an, sagte einer der Jäger und grinste. Lachs für richtig, Igo. Er ist zwar nicht tot, aber guck mal, wer da seine Zähne in das Fleisch geliebter Menschen schlägt. Die anderen kamen ebenfalls an den Käfig. Langsam wurde mir schwindelig. Mick? Mick, hör auf, ja? Hörst du? Hör auf! Ich versuchte, ihn wegzuschieben. Doch mit einem gurgelnden Knurren rammte er seine Zähne nur noch tiefer in mein Fleisch. Das tat nun wirklich weh. Mick, bitte! flehte ich wimmernd vor Schmerz. Da siehst du es. Darum sollte man sich nie mit Vampiren einlassen. Am Ende bist du für sie nichts anderes als Futter, sagte Keller selbst gefällig. Sollten wir dem Jungen nicht helfen? fragte ein anderer Kerl. Seine Stimme hallte durch meinen Kopf, während mir langsam immer schwindlicher wurde. Warum? Hat er denn um Hilfe gebeten? fragte Igor suffisant. Junge, wenn wir diesen Vampir für dich fehlen sollen, wäre das jetzt die richtige Gelegenheit, uns ein Zeichen zu geben. Und er bekam sein Zeichen, auch weil meine Hand sich nur noch unter größter Anstrengung heben ließ. Ich streckte ihm den Mittelfinger entgegen. Dann mobilisierte ich meine letzten Kräfte und schubste Mick von mir runter, hielt eine Hand an meinen blutenden Hals. Knurrend und mit verschleiertem Blick stürzte er sich wieder auf mich, doch ich hielt ihn mit beiden Händen von mir fern, auch wenn das hieß, dass ich meine Wunde loslassen musste. Ich sah Mick doppelt, während ich versuchte, ihn auf Abstand zu halten. Mick, hör auf, das willst du nicht wirklich, sagte ich schwach, während ich spürte, wie meine Arme einknickten. Ich hörte ein Geräusch, das eindeutig wie ein Schuss klang, und Igor, der immer noch neben dem Käfig stand, sackte in sich zusammen. Er schien am Bein getroffen worden zu sein, denn er hatte sich mit der Seite gegen den Käfig gelehnt, während er auf dem gesunden Knie kniete und seinen blutenden Oberschenkel umklammerte. Ich hatte keine Zeit nachzusehen, wer den Schuss abgegeben hatte, denn eine verzweifelte Idee war in meinem Geiste aufgeflammt. Ich ließ Mick los, schnappte mir den Arm des Jägers und zog ihn durch die Gitterstäbe, direkt unter Mick's Nase. Dieser zögerte nicht lange und versenkte seine Fänge im Handgelenk des Jägers. Dieser Schrie versuchte verzweifelt, seinen Arm frei zu bekommen, aber Mick hatte ihn fest mit beiden Händen umschlossen und trank gierig sein Blut. Mit jedem Schluck schien Igor blasser zu werden, während seine Beinwunde immer weniger Blut absonderte. Ich sah weg, konnte mir es nicht länger ansehen. Irgendwann sah ich doch auf und stellte fest, dass wir längst nicht mehr allein waren. Miriam, Mick's Freundin, hatte die Frau bereits ausgeschaltet und war nun dabei, den Mann ohne Namen zu attackieren. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, ihm ihre Zähne in den Hals zu schlagen. Er griff nach seiner Waffe, doch sie war einfach zu stark für ihn. Unter sehr merkwürdigen, gurgelnden Geräuschen brach er schließlich zusammen. Ich blickte auf und erst jetzt sah ich Mara, die mit beiden Händen eine Pistole vor sich hielt. Sie war unsicher im Umgang mit Waffen, auch wenn sie sich alle Mühe zu geben schien, das nicht zu zeigen. Jetzt stand nur noch Keller auf beiden Beinen. Mara? sagte er ungläubig. Mara, was zur Hölle tust du da? Ich habe mich für eine Seite entschieden, flüsterte sie, indem sie weiter mit erhobener Waffe auf ihn zukam. Keller schüttelte den Kopf. Ich habe so gehofft, dass du das Richtige tun wirst. Er griff nach seiner Waffe. Keine Bewegung, schrie Mara, Keller stutzte. Du wirst mich nicht erschießen. Doch werde ich, wenn ich muss. Sagte sie mit fester Stimme. Keine Bewegung, wiederholte sie. Keller hielt inne, sah sich in der Scheune um. Wieder einmal war nur noch er übrig. Siehst du denn nicht, was sie tun? Sie bringen den Tod. Sowas kannst du doch nicht ernsthaft unterstützen wollen. Kopfschüttelnd bewegte er weiter seine Hand in Richtung des Gewehrs und prompt fiel ein Schuss. Mara schluchzte auf, als Frederik vor ihr zusammenbrach. Ein roter Fleck breitete sich auf seinem Hemd aus. Sie ließ die Waffe fallen, kniete sich neben den Jäger auf den Boden. Ihr Blick war verzweifelt. Ich hatte immer geahnt, dass da irgendwas zwischen den beiden war. Jetzt war ich mir sicher. Doch sie hatte wirklich abgedrückt. Sie hatte es getan. Für mich. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht bewegen, schluchzte sie weiter. Warum musstest du auch Dennis entführen? Fragte sie fast hysterisch. Keller hustete Blut aus, unfähig zu sprechen. Er suchte Maras Hand, schien sie kurz zu drücken, bevor seine Hand schließlich erschlaffte und seine Augen zur Ruhe kamen. Es war voll bei. Es war voll bei. Er war voll bei. Nur gleich. Dann war ich mich. Es war voll. Ich hab mir viel. Ich war voll bei. Ich hab mir nicht mehr so gut. Es war voll vom Helfen.